Musik So, liebe YouTube-User, jetzt kommen wir zum Review zu den ganzen Magneten von Magnetportal.de Ja, von Magnetportal.de steht es nochmal drauf, die stärksten Magnete der Welt und ja, schaut mal auf der Seite vorbei. Ich finde es wirklich sehr spannend und die sind auch sehr lustig. Ich sage weiteres gleich dazu. Wenn ihr euch entscheidet, euch etwas zu kaufen, hier steht nochmal, kleiner Preis, starke Leistung, Top Service und dann bekommt ihr einen 10% Gutschein, Neodym minus 24. Ähm, ja, 10%, wie gesagt, steht bestimmt unten nochmal drunter. So, ganz wichtig, bevor ihr damit anfangen, sind die Warnhinweise. Das heißt, nicht an IC-Karten, Wasserzähler, Herzschrittmacher, was weiß ich, halten. An Handys und ja, denn die können sonst stehen bleiben und das ist ziemlich schlecht, würde ich sagen. Ähm, wenn die zusammenbreiten, das zeige ich euch ja auch gleich, dann entstehen Splitter und deswegen am besten immer eine Schutzbrille tragen. Ähm, und niemals in Kinderhände abgeben, allein. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich stehe jetzt auch nochmal drauf. Die stärksten Magnete der Welt, www.magnetportal.de So, nun aber zu den Magneten. Ja, also ich würde mich auch wundern, wenn die Magneten hier so meilenweit auseinander liegen, aber ich kann es euch auch mal kurz zeigen, ich schiebe die mal so einen Millimeter weit darüber und schon klatschen die zusammen. Ähm, es ist wirklich ziemlich extrem. Ich fange mal mit den großen Magneten an, also wie gesagt, Sicherheitsabstand auch zur Kamera oder zu Computern halten. Lieber den Zoom benutzen. Ähm, hier steht jetzt auch nochmal drauf. Original Killermagnet, www.magnetportal.de Und ja, der zieht 230 Kilo und das ist schon ziemlich extrem. Der hier zieht, glaube ich, 270 Kilo. Ähm, ich glaube den stärksten, den Magnet wohl hat, der Portal hat, zieht 1200 Kilogramm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kann den ja auch nochmal unten in die Beschreibung reintun, damit ihr wisst, welcher das ist. Ja, wozu benutzt man die, werdet ihr euch denken. Ist ja ziemlich sinnlos, sich solche Magneten zu holen. Nein, ist nicht sinnlos. Ähm, man kann damit zum Beispiel sein Fahrrad, weiß was ich, an die Decke hängen oder Beulen aus den Autos raus machen, in Werkstätten jetzt zum Beispiel. Und so weiter. Man kann es auch für Experimente nehmen. Oh ja, was kann man es noch, weiß ich nicht. Und so weiter und so fort gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und wichtig ist auch, dass ihr die beiden starken Magneten nicht zusammenditschen lässt, denn, ähm, ein Magnet, der 220 Kilo zieht, äh, 230 Kilo zieht und einer, der 270 Kilo zieht, da weiß man, dass die ziemlich schwer wieder auseinander gehen. Okidoki, machen wir weiter. Und zwar lege ich die beide ganz weit weg voneinander. Und zwar machen wir mal mit den, mit dem ganzen Ballen hier weiter. Ähm, ja, was haben wir hier? Hier haben wir zwei Kugeln. Ich glaube, da zieht jeder jeweils 12 Kilo. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Also hier kann man auseinander machen. Und die sind wirklich ziemlich magnetisch. Hier merkt man jetzt schon, dass das angezogen wird. Ähm, ja, was kann man mit den machen? Kann man auch mal so, die eine legt man hier hin, die andere hier hin. Und man hat gerade gesehen, dass die ist kurz auseinandergezogen und es geht wirklich ziemlich schnell. Die sind wirklich richtig stark. Kann man auch Figuren draus machen, wenn man sich mehrere davon kauft. Ja, legen wir die auch mal beiseite. Und kommen zu den kleinen Magneten. Die haben es in sich, die sind nämlich ganz schön stark. Ähm, die vor allem für ihre Größe. Ähm, bei den Magneten sieht man sie vor allem, wenn man mit denen rumspielt. Und die knallen so zusammen. Dann, hat man jetzt gerade wieder gesehen, ist hier ein weiterer Splitter abgegangen. Hier sieht man es also wirklich, ähm, am besten nicht zusammenknallen. Die sind auch schon überall, die Reste da hängen schon überall rum. Hier bei dem Großen ist auch ziemlich viel in der Ranze Ecke rausgebrochen. Jo. Okidoki. Das soll es zu denen gewesen sein. Mit denen kann man dann auch was, weiß ich nicht, was an die Wand machen oder sowas. Ja. Aber nun zu den Interessanten, würde ich sagen. Für uns sind die Neo-Cubes oder Neo-Dym-Magneten. Ich habe jetzt hier mal so einen Ballen, was heiß ich, hä hä hä. Ähm, habe hier mal so einen Ballen rausgemacht. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz einfach. Ja, also man kann zum Beispiel einen Würfel machen oder... Oder einen Ball. Oder ihr macht euch ein Herz. Sieht dann so aus. Es gibt natürlich noch viele andere Varianten, wie zum Beispiel Kreisel oder was weiß ich. Ähm, die Schatulle, die hier übrigens dabei ist, die ist auch sehr schön für dich. Könnt ihr dann auch was weiß ich, könnt ihr dann das Herz hier draufstellen. So. Dann steht das hier so. Naja. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt Lust und Bock dazu bekommen habt, euch auch so schön wie kurz machen. Ist wirklich Zeitvertreib. Kann man wirklich den ganzen Tag sich hinsetzen und ausprobieren. Grundform ist in Dreiecke. Sieht man hier vielleicht auch. Hier zum Beispiel vorne sind Dreiecke. Ähm, ja. Normalerweise besteht alles aus Dreiecken. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann mache ich noch ein paar Reviews darüber. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Zu den Magnetportal-Magneten. Wer hätte es geglaubt? Ja. Die stärksten Magnete der Welt. Und mit den beiden Original-Killer-Magneten. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Wie gesagt. Ähm, der... Nein. Der Code... Neodym-24. Könnt ihr hier lesen. Jo. Bekommt ihr 10% Rabatt. Gleich bestellen. Ja. Hier habt ihr noch einen großen Überschlüppblick. Schaut wie gesagt auch mal beim Magnetportal vorbei. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ähm, ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Review dazu sehen wollt. Wie man solche schönen Figuren macht. Also Reisel, was weiß ich, Ball, Herz und so weiter und so fort. Jo. Okidoki. Das war es von meiner Seite. Man sieht sich oder mich. Und ciao.